Es gibt wieder Zecken-Content. Hier vorne ist eine Zecke, die muss entfernt werden. Und zwar, wie schon mal gesagt, nicht drehen, sondern ziehen. Jawohl, die ist draußen. Und hier vorne, dieser kleine Punkt hier vorne, das ist auch eine Zecke. Die muss auch entfernt werden. Jawohl, die ist auch ab. Ich werde mich einmal kurz nach weiteren Zecken kontrollieren. Ich habe mich gerade grob kontrolliert und ich habe keine weiteren Zecken gefunden. Und ich bin sehr gespannt darauf, ob ich Borrelose und FMS-E aus meinem Kopf rauspritzen kann. Also aus meinen Augen und aus meinen Ohren und Nase und Mund und After, genau. Ich bin richtig gespannt darauf, wann das passieren wird, damit ich andere Menschen ärgern kann und verseuchen und sowas. Aber schade, dass ich nicht noch mehr Zecken gefunden habe. Weil auf TikTok gehen meine Zecken-Videos immer voll viral, die meisten. Deswegen, ich brauche noch viel mehr Zecken auf jeden Fall. Ich brauche noch viel mehr Zecken. Die müssen zu mir kommen. Die müssen unbedingt herkommen. Die müssen mich fressen und so weiter. Extra, damit ich für euch schon noch viel mehr Zecken-Content habe. Da muss noch viel mehr davon kommen. Die müssen herkommen, die Zecken. Aber Zecken sind voll scheiße. Ich mag die nicht. Die müssen weg. Die können diese ganzen verseuchten Krankheiten verursachen. Das ist das gefährlichste Tier in Deutschland.